Anna Chachina, Anna Bezonova, sie hat es jetzt in den Händen, in den Füßen, alles noch einmal umzukehren. Geht sie an den beiden vorbei, macht sie einen Fehler, reitet sich hinten an. Es ist schon ein enormer nervlicher Druck, dem sie jetzt ausgeliefert ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020